Der deutsche Elektronik-Händler Seconomy erwirbt für 452 Millionen Euro vom französischen Milliardär François-Henri Binot eine rund 24-prozentige Beteiligung am französischen Konkurrenten Fnac d'Arti. Seconomy mit den Ladenketten Mediamarkt und Saturn und hervorgegangen aus der Aufspaltung des Handelskonzerns Metro wird so größter Einzelaktionär der Kette. Fnac d'Arti ist laut Seconomy der führende Anbieter für Verbraucherelektronik in Frankreich. Die Fnac, vor gut 60 Jahren von militanten Marxisten gegründet, hatte Anfang der 1990er Jahre eine Expansion nach Deutschland versucht und war damit gescheitert.